So, dann schauen wir jetzt mal. Warum geht der denn nicht da rein? Hä? Was mache ich falsch? Warte mal, ich muss mir das nochmal angucken. Oder hatten wir da was anderes? Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, irgendeinen signifikanten Fehler mache ich schon wieder. Mal wieder. So. Der guckt von oben rein. Da. Hm. Aber ich habe hier nichts ge... Oder reicht ein Item, wo ich... Hm, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Warum das nicht funktioniert? Warum geht das nicht? Hä? Hä? Warum geht der denn jetzt nicht da rein? Oder sind vielleicht... Ah ja, warte mal. Der steht ja sowieso falsch. Aber der geht nicht rein. Hä? Was mach... Was mach... Was mach ich denn falsch? Überrefeet Items... Items pro 20... Ich... Ich... Ich muss nochmal gucken, warte mal. Oder müssen da zwei Rohre? Ich muss mir das jetzt nochmal genau angucken. Ja, das kapiere ich noch nicht. Das ist richtig. Der ist direkt über dem Stein. So, hier können wir auch nochmal gucken. Ja. Oder braucht er zwei Rohre? Botany Pot. Ah, warte mal. Guck mal, was da steht. Ja. Ja. Äh, äh. Ja. Wir haben erfolgreich das Geheimnis gelüftet. Okay. Haben wir noch einen Trichter? Nein. Hopper Botany Pot? Nee. Okay. Warte mal, was brauchen wir nochmal? Okay, können wir einfach herstellen. So einen können wir nicht herstellen. Dazu führt uns die Keramik. Ah, Plünderer. Plünderer, ja. Ich komme nämlich sofort rum. So, Keramik. Drei, fünf. So. Okay. Ja, wir hatten den falschen Botany Pot. Okay, ja. Lass mich kurz pennen gehen, ne? Dann können wir ruhig kämpfen. Nordosten. Ja, ich schau mal. Ich kieke mal. La, la, la. Die müsste ich auch irgendwann mal weitermachen. Ja. Gar nicht. Ach, die Amazon-Journal. I'll be back. I'll be back. So, sie werden mich schon angezeigt. Deswegen müssen sie ja hier irgendwo in der Nähe sein. Warte mal, Nordosten. Wir sind... Ja, es ist Norden, Westen, also irgendwo hier. Ja, wo sind sie denn? Ja, wo seid ihr denn? Das gibt's doch gar nicht. Oder bin ich doof? Nordosten. Wo sollen sie denn sein? Ich, äh... Ich geh mal hier alles durch, ne? Warum sind die Anlage aufgeschlagen? Oh, die sind die innerhalb der Mauer. Ne, das kann gar nicht sein. Ne, hier kämpft da noch keiner. Sag mal, willst du mich verarschen? Ne. Ne Kuh, die brauche ich eigentlich. Alle Einwohner liegen in den Betten. Aber warum das denn? Wegen der Plünderer? Ich... Ich finde die nicht, ne? Bitte da unten. Bitte da... Ne, keiner... Aber in der Höhle können die auch gar nicht sein. Die schlagen doch ihr Lager immer hier oben irgendwo auf. Ahem. Hm. Nordosten, jo. Das ist hier. Ja, wenn hier nichts ist, dann hol ich wieder ab, ne? Weil nützt der jetzt nicht hier irgendwie... Aber hier können sie nirgends wo die Lager auch... Boah. Leggi, leggi. Leggi, mein Speggie. Ernsthaft? 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 Gut. Einer nach dem anderen, bitte. So, einer nach dem anderen, bitte. Ah, vielleicht kriegen wir jetzt zumindest alle getötet. Weißt du, wie ich meine? Ah, die beschießen sich selber. Gut. Ja, ich helfe mal ein bisschen nach, ne? Ja, ja. Ich helfe mal ein bisschen nach. Ich helfe mal ein bisschen nach. Oh nein, einer fehlt schon wieder. Oh nein. Oh nein. Aber ich frage mich, wo haben die denn ihr Lager aufgeschlagen? Hm. Schwimmt hier noch jemand? Warte mal. Hier wird noch einer angezeigt. Irgendwo unten. Aber ich glaube nicht, dass sie hier irgendwo am... Meeresgrund sind. Können sie doch sterben, oder nicht? Oder? Was ist das denn? Ach, das ist wieder so ein Creeper-Ding, ne? Hallo. 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 Oh Gott. Ciao. Ja, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ah, was ein schöner Tag. Ja, aber die ist hier nirgendwo. Oh, ich hatte die suchen. Vielleicht... Ah, ah. Wird sich das ja auch gleich schon von selber lösen. Hier ist keiner am Kämpfen, ne? Nö. Oh, die sind alle traurig, oder was? Ne. Ah, die können wir rekrutieren. Äh, rekrut... Rekrutieren. Rekrutieren. Ich weiß nicht. Ich warte mal hier eben, ne? So, ich mach's mir mal eben hier gemütlich. Dann kann ich, ne? Gewisse Dinge tun. Du hörst es wahrscheinlich schon, ne? In der Zeit schauen wir mal, ob da einer kommt. Weil im Wasser kann ich nicht sein. Ich glaube, letztes Mal hatten wir die auch nicht gefunden, ne? Die hatte sich dann einfach in Luft aufgelöst. Oder ist irgendwie so gestorben. Ja. Da hast du auch nicht mal einmal Ruhe, ne? Ja. Das ist wie in No Man's Sky mit der Siedlung. Da kriegst du auch nie Ruhe. Da musst du auch immer hinterher sein. Und hier, pipapo, ne? Muss die Leute da sein. Erst kommen die Wächter. Dann hast du die Wächter besiegt. Gerade so, weißt du. Hast das heftigste Battle hinter dir. Und dann kommen auch noch diese blöden Piraten. So, ich würde jetzt einfach mal raten, dass sie auch ohne mich klarkommen. Vielleicht werden sie es schon schaffen. Falls es die eine Amazone je hier reinschaffen wird. So, ciao. So, dann kommt der nämlich da dran. Dann hier. Einmal die reichhaltige Erde. Und dann brauchen wir nochmal die Ranch. die Agilbogen. So. Dann einmal. So. Und dann müsste das ja theoretisch jetzt klappen. Also, was heißt theoretisch? Praktisch natürlich auch. So, wir haben ein paar Äxte übrig. Ich schmeiß die mal hier rein. So. Einmal bitte sortieren. Dann. Der Bottinpot kann auch einfach mal hier rein. Obwohl, weißt du. Die können ja auch irgendwo hinstellen. Hier, guck mal hier. Erde rein. So. So. Kann man eigentlich auch... Warte mal. Geht das auch? Ja. Cool. Okay, die haben wir jetzt. Die brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen Bauenmiel. Ich nehme mir erstmal hier zwei Stacks raus. Sortiere nochmal. Jo. Gut, dann schauen wir mal. Oh, mir wird das immer noch angezeigt mit den Amazonen. Oh, nein. Schnarch. Na gut. Ähm. Wie machen wir denn jetzt am besten? Hier an der Ecke. So. Und dann theoretisch hier an der Ecke. Naja. So, wir machen erstmal so, ne? Dann hier an der Ecke. Ja, das ist natürlich ein bisschen... Ich mag das nicht, wenn das... Warte mal, wir können das auch ein bisschen so machen. So, ne? Ja... Ich hab mir den jetzt eigentlich auch größer vorgestellt, aber gut. So. Ja, guck dann, dann... Das wirkt schon ganz anders hier. Das wirkt schon ganz, ganz anders hier. Da haben wir noch so einen Kandidaten. Und dann... So. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ja. Ich sag ja, wir müssen hier und da noch ein bisschen anpassen, ne? Das geht eigentlich so. So. Geht's schon wieder dunkel? Mein Gott, das gibt's noch nicht. Nein! Ah, super. Danke dir. Ja, super. Ja, super. Ja, super.